Hallo, jetzt sind wir vor dem Gästehaus auf dem Privy Campus der Hochschule Osterböck. Ich möchte Ihnen einen Tor geben. Also, hereinkommen Sie. Und hier ist ein Zimmer. Es gibt ein Bett, einen Stuhl, einen Kleiderschrank, einen Treibdisch und ein großes Fenster mit schöner Aussicht. Und hier ist das Bett für mein Zimmer. Und hier ist einer der beiden Küchen im Gästehaus. Jede Küchen hat einen Kuhschrank, viele Schränke, eine Mikrowelle, ein Waschbecken, einen Tisch und viele Stühle und einen Fernseher. Und hier ist der Walschraum in dem Keller. Tschüss!